Ein exklusiver Mercedes-Benz GLE 350 ist hier zum Verkauf angeboten. Das schwarze Coupé hat einen Kilometerstand von 22.926. Die Erstanmeldung war Anfang 2016. Das Coupé besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Sportpaket, Sportsitze, Schiebedach, ABS und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Diesel eine stattliche Leistung von 258 PS an das Automatikgetriebe ab. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017